Hallihallöchen, mein Name ist Lars und das ist eine weitere Ausgabe unserer Serie The Plender Creations, in der wir euch wöchentlich die Themen, die ihr in The Plender Guide lernen könnt, an einem praxisnahen Beispiel zusätzlich nochmal erklären. Und heute nutzen wir die letzte Folge The Plender Guide, wo es um Retupology und Normal Map Baking ging an diesem Charakter hier. Wir haben diesen vergangene Woche in unserer Serie The Plender Creations einfach aus einem Würfel komplett frei herausgeskyptet und ich habe ihm noch im Nachhinein nach der Folge hier noch Multi-Resolution gegeben als Modifier und ihn doppelt subdivided, sodass aus ihm statt nur 14.000 Polygone insgesamt hier 223.000 Vertices geworden sind insgesamt. Und heute wollen wir das zurückbauen auf ein Low Poly Mesh mit vielleicht 1.000 Vertices. Wenn dich interessiert, wie das bei diesem Charakter funktioniert, lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr dieser Art zu verpassen und schreib doch auch schon mal in die Kommentare, ob du Erfahrung hattest mit Retupology in Bezug auf so einen Charakter oder einen Drachen oder ein Tier wieder Low Poly machen. Gib uns gar auch gerne für alle Anfänger Tipps und Tricks, wie du es gelöst hast. Ansonsten, wenn du Probleme hast, schreib diese genauso gerne in die Kommentare. Jetzt werden wir erst einmal dieses Modell hier etwas runter skalieren, denn unser Ziel heute ist es, dass wir hieraus einen Low Poly Character machen können. Über Shift D werden wir ihn duplizieren und dann werden wir das Original erstmal ausblenden. Wir werden den Multi-Resolution, den wir hier haben, einmal entweder Apply oder ihn einfach löschen, wieder, können wir auch machen, weil ohne Multi-Resolution sehen wir schon, hier sind wieder Flächen erkennbar und in diese Richtung hier wollen wir auch zurückgehen. Nur im Blender gibt es hier vier verschiedene Arten, um das zu lösen. Die erste Art, die ich euch zeigen möchte heute, der Klassiker eher, der typische Ansatz, ist neben dem händischen Komplett selbst Neubauen, der Decimate Modifier. Add Modifier und dann haben wir hier links unter der Spalte Generate Decimate stehen. Wenn wir jetzt hier die Ratio runterschrauben, seht ihr, dass der Charakter anfängt, sich langsam stückweise aufzulösen und wir kriegen immer und immer weniger Polygone. Und auf einen Count, den wir hinkommen wollen, ist zum Beispiel dieser hier. Ihr seht jetzt hier, der Charakter hat seine Grundform behalten, die Ohren hier bei den Haaren, das ist ein bisschen zurückgegangen, aber wir haben einen Mesh, nur sind die Polygone leider ganz wild platziert worden. Wenn wir uns jetzt hier bei uns mal den Decimate Modifier genauer anschauen, mit Collapse haben wir wirklich eine Struktur, die hier eher Dreiecke komplett asymmetrisch platziert. Das ist also ein schlechter Ansatz hierfür. Probieren wir es mal mit Unsubdivided aus stattdessen. Und wir schrauben hier die Iterations mal höher stückweise und wir gehen hoch Richtung 14. Und ihr seht schon, irgendwann erhöht auf zu Unsubdividen, weil er keine passende Geometrie mehr findet. Das ist also auch eher ein schlechterer Ansatz für ein Base Mesh. Beim Planaren können wir es auch probieren mit dem Angle Limit hier. Wenn wir das hochschrauben, seht ihr hier, die Anzahl geht nach unten, aber selbst das sieht hier etwas merkwürdig insgesamt aus. Denn hier werden jetzt nämlich Flächen lang und kurz verbunden miteinander. Das wollen wir auch nicht haben. Okay, Decimate ist es also nicht. Plan B ist, wir versuchen das mal in dem Falle, indem wir statt hier mit diesen verschiedenen Sachen einfach mal mit dem Remesh arbeiten. Und mit Remesh meine ich nicht den Remesh Modifier, wie hier unten drin steht, wo wir vier Optionen haben, sondern wir nehmen den klassischen Remesh, den wir schon im Skyping kennengelernt haben, hier oben. Wir werden bei diesem Model hier mal oben rechts im Skyping mit Remesh bei Shift-R hier ein Gitter erzeugen und die Flächen schätzungsweise auf ca. 0,5, 0,6 einstellen. Und jetzt drücken wir hier oben bei Remesh mal den Button Remesh. Ihr seht, wir kriegen hier ein Mesh heraus, was halbwegs gut aussieht, aber selbst hier bei den Augen haben wir wieder Unclushed auf beiden Seiten. Für ein Base Mesh zu erstellen ist also auch das eher blöd. Dennoch, die Polygonanzahl gefällt mir ganz gut. Wir sind auf 905 Vertices gelandet. Die Zahl ist gar nicht mal so schlecht. Wir machen also STRG-Z, um das Ganze rückgängig zu machen. Und wir versuchen uns mal die Zahl zu merken. 900 Vertices, im Grunde genommen war unser Ziel. Es gibt eine zweite Einstellung von Remesh, die ihr nutzen könnt, um das Base Mesh neu zu erzeugen. Nur dazu können wir nicht hier oben einfach in die Einstellungen reingehen, sondern wir müssen auf unsere Object Data Properties hier unten zugreifen und hier im Reiter Remesh hier unten den zweiten Modi Quad entdecken. Use the Quad Remesher ist unser Ziel hierbei. Und dieser hat nämlich die Funktion, wenn wir auf den Button Quad Inflow Remesh drücken, dass wir eine beliebige Phase-Anzahl einstellen können, die wir erreichen wollen. Und zusätzlich dazu gibt es hier oben den Haken Use Mesh Symmetry. Das heißt, er versucht, alle Sachen, die links sind, auch rechts gespiegelt hinzubekommen. Es ist quasi sozusagen eine Art Mirror Modifier, die da intern mitgenommen werden kann für. In unserem Falle hier wollen wir mal herunterstellen auf etwas mehr als 1000 Faces, sagen wir mal 1200 Flächen, die wir haben wollen. Und mit hier Use Mesh Symmetry können wir schon das Ganze loslegen. Preserve Mesh Boundary kann man auch noch mitnehmen, aber wir machen es mal heute ohne und wir drücken mal hier OK. Ihr seht, der Charakter wird ein bisschen gesplittet und es sieht vielleicht etwas merkwürdig aus, vor allem, weil wir jetzt über 1400 Flächen haben. Wir wollten eigentlich weniger, deswegen STRG Z nochmal. Und wir wiederholen das Ganze mit einer kleineren Zahl, wie zum Beispiel 1000. Erneut nutzen wir hier den Button OK und wir kriegen diesmal ein Mesh raus, was so aussieht. Ein bisschen eingebeulter, aber wir kommen der Sache näher. Ja, wir sind bei 1100 Faces. Er hat sich also etwas drüber orientiert. Neuer Versuch, STRG Z hierbei, Quadflow Remesh. Wir gehen mal runter auf die 700 und wir nähern uns unserem Base Mesh hierbei an. OK? Und das sieht doch schon besser aus. Mit 700 Flächen hat er uns ca. 800 erzeugt und es ist in der Mitte auch symmetrisch. Das können wir verwenden als Base Mesh für das Retopology. Wir haben also unsere richtige Einstellung, die wir brauchen, gefunden. Und jetzt mit dieser Methode haben wir uns in diesen 7 Minuten der Folge, vielleicht auch meinetwegen nur 5 circa, haben wir uns knapp hier Stunden Arbeit erspart. Weil normalerweise ist es nämlich die Kunst, dass man dieses gesamte Mesh von Hand selbst baut. Also man baut Flächen um die Augen, entlang des Kopfes, um die Nase drumherum und man füllt die händisch ein. Mit einem Base Mesh Generator wie hier beim Remesh haben wir jetzt aber einen großen Vorteil. Wir haben eine saubere Topologie hier am Körper entlang, wie wir sehen können. Alles Quad Flächen ist zwar immer noch ein bisschen hochauflösend, aber für 800 geht das vollkommen klar bei einem Charakter. Die Arme hat es ein bisschen verdreht, aber die sind trotzdem soweit noch nach wie vor OK. Und in der Mitte hier gibt es kleine Risse, die können wir aber händisch nachjustieren. Deswegen gehen wir jetzt zurück in den Layout Tab und ab hier geht es weiter im Edit Mode. Im Edit Mode wollen wir jetzt nämlich versuchen erstmal den Charakter zu säubern. Und fürs Säubern machen wir jetzt in diesem Falle hier tatsächlich mal mit dem Mirror Modifier uns die halbe Arbeit. Bei unserem Charakter haben wir das Glück, dass die linke wie die rechte Hälfte symmetrisch ist und wir weder auf den Armen noch sonst wo irgendwelche Details hatten, die hierbei das Ganze so aussehen lassen würden, als wäre es falsch. Deswegen, wir nehmen nur einen Block 7, gehen in die Top-Down-View, drücken einmal Alt und Set, um hierbei Wireframe in Verbindung mit X-Ray zu aktivieren. Seht ihr hier oben an dem Icon hier, Alt-Set macht Toggle X-Ray, um eben durch das Mesh durchschauen zu können. Und jetzt wollen wir hier den rechten Teil des Körpers komplett löschen und wir nehmen hier auch alle Vertices mit, die über der grünen Kante auf der rechten Seite draußen liegen. Das müssten diese hier sein. So, hier unten genauso, die hier nehmen wir ebenfalls mit. Hier vorne sehen wir ebenfalls, dann hier die kleinsten ebenfalls, auch hier unten. So, und wir kriegen hier die letzten auch mit. Jetzt können wir hier mit den ausgewählten Vertices einfach X-Delete-Vortices wählen und wir haben unseren halben Charakter. Jetzt haben wir es auch einfacher, nämlich in der Mitte den Edge-Loop zu selektieren. Deswegen mit Alt und über Zahlenreihe 2 die Kanten-Auswahl hier den kompletten Loop bis dorthin selektieren. Das geht bis zum Kopf nach oben. Hier wurde ein Face gelöscht, beziehungsweise zwei sogar. Können wir aber wieder einfügen, das ist kein Thema. Erstmal hier die Kante neu verbinden bis hier rüber. Dann einmal hier diese Kante dorthin und hierhin mit F wieder einfügen und unten drunter genauso. Die Fläche haben wir. Am Hinterkopf hier unten haben wir auch wieder sowas. Und zwar von hier aus 1, 2 und dann hier die Kante. Das geht dann hier hoch, 3. Und hier unten 1, 2 und auch hier die 3. Zack, nehmen wir so mit. Jetzt können wir hier über Alt-Linksklick wieder den Loop auswählen. Und ihr seht, wir kommen ein Stück weiter, aber haben hier hinten am Hinterkörper noch ein kleines Problem. Hier müssen wir also, wo wir jetzt hier das Problem haben, entsprechend auch nachjustieren. Dieser Vertex hier kommt ein Stück nach innen wieder hinein, wie er sollte. Der hier ebenfalls. Und wir können auch hier wieder sagen, füllen wir die Flächen wieder aus. So hierhin. Dann einmal ums Eck von hier aus, dorthin, dorthin. So zum Beispiel. Den hier ein Stück nach oben. Den hier ein Stück nach innen. Und wir kriegen hier wieder ein halbwegs sauberes Mesh hin. Natürlich sollten wir in dem Fall auch aufpassen, wohin die Flächen gehen, dass es nicht zu unnatürlich hier aussieht. Aber wir haben den Part wieder safe gemacht. Unten drunter gibt es hier genau gleiche Probleme. Auch hier heißt es Flächen nachfügen. Wie gesagt, kommt durchs Löschen. Ist dann aber einfach nur eine kleine Fleißarbeit, das wieder richtig aussehen zu lassen. Hier haben wir jetzt unseren Charakter wieder vollständig. Wir gucken gerade mal noch an den Hosen nach. Das sieht auch soweit richtig aus hier unten. Auch wenn die Topologie vielleicht nicht zwingend die feinste ist mit der Art, wie es hier generiert wurde. Man kann damit ja trotzdem arbeiten. So. Das heißt, wir haben hier jetzt in dem Falle das Base Mesh in der Hälfte richtig. Wir schauen mal kurz nach. Den Edge Loop über Alt-Linksklick auswählen. Und ihr seht, wir kommen einmal rundherum bis auf die Kante hier vorne. Die ist doch anscheinend falsch. Weil hier nämlich zwei Vertuses existieren. Und die beiden hier können wir bei Merge at Center auflösen. Jetzt, wenn wir den kompletten Loop auswählen, passt es von oben bis unten. Wir können alles auswählen. Und wir nutzen hier S für skalieren. X-Achse mit dem Wert 0. Und wir justieren die alle an. Allerdings nicht hier um den Median Points, sondern um den 3D Cursor, der bestenfalls auf 0,0 liegt. Also Scale, X, 0. Und wir haben wieder alles richtig. Als nächstes werden wir den Mirror Modifier hier hinzufügen. Und zwar über Add Modifier, Mirror. Und der Charakter ist wieder symmetrisch. Hier oben können wir nochmal nachgucken. Hier ist doch so eine Kante, die blau leuchtet. Warum die hier so leuchtet, ist mehr ein Rätsel. Aber wir finden es mal eben heraus. Denn wir haben hier eine doppelte Kante erwischt. Das ist doch ein schöner Fund. Die doppelte Kante hier können wir über X einfach mal löschen. Und zwar X-Delete-Vertices und die hier oben wieder nachschieben. Hier hin. So. Jetzt ist unser Charakter auch dort richtig. Hier vorne müssen wir mal schauen, was hier los ist. Hier haben wir auch gespaltene Vertices, wie mir scheint. Aber das können wir lösen. Erstmal den hier auf Merge at Last, dass wir in der Mitte sind. Und ansonsten allgemein mal alle Auswählen M Merge by Distance ausführen. Und wir haben noch einen weiteren Removed. Das Base Match soweit ist jetzt quasi schon ready. Wir gucken uns mal eben die Loops an. Bei den Armen wurden hier Spiralen generiert. Das finde ich ein bisschen falsch und fragwürdig. Deswegen müssten wir eventuell den Arm komplett neu bauen. Wir gucken uns mal hier oben die Spirale an. Ihr seht, dieses Zickzack-Muster geht hier komplett durch. Das heißt, der Arm kann in dem Falle hier ausgewählt werden bis da vorne hin. Und wir sagen hier schon auch mit dem Loop, den wir hier haben. Hier, der kommt noch mit. X-Delete-Vertices. Jetzt haben wir hier eine große Lücke, die wir auffüllen können. Nämlich hier oben mit einem weiteren Quad. So. Und dann zählen wir mal durch, wie viele Flächen wir hier erzeugen könnten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann wirst du hier die 10. 10 ist ein bisschen viel, aber könnten wir nutzen, für den Arm zu bauen. Hierzu würden wir jetzt in diesem Falle hingehen und vielleicht sogar versuchen, das Ganze auf 8 zu reduzieren. Das heißt, im besten Falle würde ich hier ein weiteres Tree erzeugen. Und hier unten genauso ein Tree, dass wir eben runterkommen von der Anzahl her. Jetzt haben wir nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Hier in der Ecke. So. Und mit diesen 8 Stück können wir auch schon arbeiten. Erstmal skalieren wir uns hier um den Median Point nochmal in der X-Achse, dass wir hier hinkommen. Und zwar circa so. Und dann können wir mit diesen 8 Polygonen einfach mal E für Extrude drücken. Und hier zur Seite über X einfach mal raus extruden. Nur spannend ist jetzt die Frage, bis wohin extruden wir eigentlich? Wie viel wollen wir genau haben? Diese Frage können wir uns beantworten, indem wir einmal das High Poly Modell aktivieren. Dann sehen wir schon, unsere Hände gehen bis circa hier hinten hin, wo wir jetzt gerade sind. Aber wir sind jetzt ja deutlich drüber. Ist für Street Topology gar nicht mal so schlecht, weil wir sollten bestenfalls auch über unserem High Res Modell drüber liegen. Nur wollen wir also nahe wie Skate am Original Mesh bleiben. Deswegen nehmen wir einen weiteren Modifier. Und zwar suchen wir hierbei Shrinkwrap. Was eben dafür sorgt, dass das Mesh hier, was wir jetzt gerade bearbeiten, an das Target, was wir bestimmen, und zwar hier unser High Res Modell, sich annähert. Und ihr seht hier, das Mesh gliedert sich selbstständig, ohne dass wir irgendwas machen müssen, hier näher heran. Erstmal ausmachen wir Scale X mit 0, dass wir einen Kreis haben. Und dann fügen wir hier neue Loop Cuts hinzu. Und zwar meinetwegen mal kurz 6, 7 Stück, vielleicht sogar 8. Klingt ganz gut. Und das hier wäre dann unsere Art, das zu lösen. Das Ganze hier in der Mitte können wir noch zumachen, und zwar am Rand hier. Hier wollen wir nämlich nochmal Efe Extrude nutzen. Das Ganze direkt stoppen. Wir skalieren auf 0 mit dem Median Point. Und jetzt sagen wir Merge by Distance. Um aus 8 wird das dies hier ein einziges machen, als Fingerspitze. So. Und jetzt haben wir ein Mesh, was über unserem Charakter ziemlich genau drüber ist. Wir können auch mal das Offset testen hier unten, indem wir es aufplayen. Und ihr seht, da funktioniert es auch so weit so gut. Nur die Frage ist, ob das schon alles ist, was wir machen müssen. Wir können auch mit Snapping hier oben arbeiten, um uns an dem Mesh natürlich ran zu snappen. Geht genauso. Aber Shrinkwrap nimmt uns hier die Arbeit ab. Wir applyen mal zuerst den Mirror Modifier. Denn mit dem Modellieren sind wir jetzt fertig. Wir applyen Shrinkwrap, da sind wir ebenfalls fertig soweit. Und jetzt haben wir hier unseren Charakter schon in seiner Form, wie wir ihn bauen wollen. Nämlich unser Low-Poly-Modell hier ist komplett einsatzbereit. Die Frage ist nur, welche Kanten, welche Themes machen wir jetzt. Denn bevor wir Normal-Map-Baking machen können, brauchen wir natürlich auch in dem Falle eine UV-Map. Und die UV-Map erzeugen wir uns in dem Falle selbst. Erstmal durch gescheites Mappen des Charakters. Und das könnten wir rein theoretisch auch dann machen, wenn der Mirror Modifier noch drauf ist. Aber später die ganze UV-Map selbst unwrappen, sollten wir erst dann machen, wenn wir wirklich soweit sind. Und den Charakter dann als Textur bauen. Das heißt also, für uns jetzt in diesem Moment gerade. Wir können drei Schritte zurückgehen, um einen Schritt vorwärts zu gehen. Machen wir das mal eben. STRG-Z, Shrinkwrap zurück und Mirror Modifier auch wieder hier aktivieren. Dann gehen wir jetzt hin, ohne das High-Res-Model zu sehen, in den Edit-Mode. Und wir bauen uns unsere UV-Map. Zuerst mal hier der Ring, den wir hier gebaut haben, gerade eben für die Arme. Das können wir hier genauso verwenden. Das ist dann dieser Loop bis hier oben hin. Wir gucken mal eben über X-Ray mit Alt-Z hier. Das ist soweit richtig. Dann machen wir hier U und Mark-Theme und haben das schon erledigt. Bei der Hand hier bis vorne können wir einfach eine beliebige Kante nehmen und die bis hinten hin durchziehen. Also bis hier hin und auch hier U Mark-Theme nehmen. Beim Körper selbst müssen wir zuerst am Hals anfangen und dann davon abwärts gehen. Hier würde ich glaube ich tatsächlich einfach den hier bis dorthin nehmen und dann nach hinten laufen. Oder wir fügen hier einfach Triangles ein, um uns das Leben zu vereinfachen hier an der Stelle. Dann müssen wir natürlich gleich manche Flächen neu bauen. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber diese drei Flächen, die wir jetzt hier gegen Dreiecke tauschen, werden uns hier das Leben vereinfachen. Einfach Dreiecke hierfür einfügen, stückweise das Ganze wieder so aussehen zu lassen. Und wir kriegen hier dafür einen Vorteil beim Mapping. Denn das Mapping ist wichtig. Ohne das Survey Mapping, was wir jetzt gerade machen, können wir die Normal Map gar nicht erst bacon. Vergesst das bitte nicht. Das ist sehr wichtig dafür zu wissen. Deswegen einmal auch hier nach oben gehen. Kurz gucken, ob es noch alles passt. Sieht gut aus. Hier passt es ebenfalls. Nice. Und selbst wenn wir jetzt mal ein bisschen daneben sind von den Polygonen her, das ist gar nicht mal so schlimm. Weil das Shrinkwrap verschiebt die Polygone nur. Es baut keine neuen. Und deswegen können wir jetzt hier auch gerade schön mit Mark Siem diese Kante auswählen. Den Körper um den Loop drumherum auch einmal Mark Siemen komplett in zwei Hälften, links und rechts. Dass wir es ebenfalls mit drin haben. Und dann haben wir hier Gesicht, Haare etc. Die könnten wir auch unterteilen. Lassen wir jetzt hier für den Moment mal so wie es gerade ist. Und wir gehen hier lieber runter unterhalb der Schultern. Einen Loop hier Mark Siem. Haben wir auch dort gemacht, dass wir hier einmal den Schulterloop quasi hier oben mit der Kante hier trennen können als Mark Siem. Und es eben aufhalten können. Wunderbar. Bei der Hose selbst würde ich anfangen, entweder hier oder hier. Geht eigentlich beides gerade. Nehmen wir diesen Ring hier mit Mark Siem. Und dann können wir auch hier hingehen und bis zum Vertreten hier die Spirale in dem Fall auch wieder nutzen. Nur Thema Spirale. Auch hier ist es wieder falsch. Deswegen machen wir folgendes. Wir werden das Bein selbstständig einfach wieder neu bauen. Und zwar in der Seitenansicht. Von hier aus. Wir gehen wieder in die Vertex-Auswahl und löschen den kompletten Fuß samt das komplette Bein bis hier unten hin. Selbst bei den Beinen hier werden wir jetzt die Vertices einfach löschen. In dem Falle einfach wieder wie vorher alle markierten auswählen. Hier wie gerade schon gezeigt. X, Delete, Vertices. Und wir kriegen hier wieder neue Hosenbeine. Aber auch wieder kaputte Topologien hier oben, die wir korrigieren sollten. Die Frage ist natürlich hier, wer liegt jetzt hier falsch? Sind die Ringe, die wir hier unten drunter haben, zu viel? Oder sind einfach die oberen zu weit oben? In dem Falle hier ist es sinnvoll immer, noch weitere Vertices nach unten zu extruden, dass wir eine Reihe Überschuss haben. Und zwar hier unten. Und zwar ungefähr so. Und jetzt können wir nämlich hier nochmal die Beine auffüllen. Erstmal hier das Dreieck wieder einfügen. Dann können wir auch nochmal hier einen Extrude machen. Und zwar von hier aus über E. Extrude nach unten bis dorthin. Das nehmen wir dann einfach von hier aus darüber. Dann würde ich das auch nochmal hier unten beim Beininneren machen. Bis hier hin gehen. Und zwar über Extrude, statt mit G. Und dann hier 1, 2, 3. Das Ding wieder einfüllen. Hier innen drin genauso. Von hier aus nach oben bewegen sogar vielleicht zuerst. Und dann Extrude nochmal hier hin. Und auch hier wieder 1, 2 und 3 bis dorthin. Und dann habt ihr als letztes hier unten die Möglichkeit, nämlich diesen Ring hier über einen Triangle zu vervollständigen. Das wäre das hier. Und jetzt haben wir hier ein Hosenbein, mit dem wir nach unten hingehen und arbeiten können. Deswegen das hier nochmal nehmen. Den kompletten Ring auswählen. Scale in der Teppachse auf 0. Und dann einfach hier mit E für Extrude nach unten hin arbeiten. Und ihr merkt auch schon hier, durch Shrinkwrap wissen wir, wo die Beine anfangen und wo sie enden. Plus wo die Füße unten beginnen. Wir gehen also maximal bis hier hin. Und jetzt nutzen wir hier mit STRG eher Loop Cuts, um das Bein noch ein bisschen besser von der Topologie her zu machen. So, da haben wir unser Bein. Und jetzt können wir hier unten, dass wir durch den Fuß heraus einfach extruden. Wir nehmen die vorderen 4 Faces hier. Und schieben mal die auf 2 Höhen hierbei. Bis hier hin. Einfach mal vorne heraus. E für Extrude. So, ihr seht schon. Das geht bis hier hin. Und das passt sich auch hieran perfekt an. Trotzdem, ein Loop Cut mehr kann hier schaden, um das Smash besser zu machen hierfür. Und dann haben wir auch unsere Beine wieder. Und siehe da, die Hose hat ein deutlich besseres Smash, als wie es vorher hatte. Jetzt haben wir also unseren Low Poly Character wieder soweit richtig. Und wir können ihn fertig sieben. Das heißt, hier unten hingehen nochmal und am Hosenbein schauen. Die Schuhe fangen jetzt quasi ja hier an. Deswegen den Loop hier nehmen wir rundherum mit. Und wir machen hier U und Mark sieben. Dann machen wir am Beininneren hier bei einer Kante unserer Wahl. Zum Beispiel bei dieser hier. Werden wir jetzt hingehen, von hier oben ausgehend nach unten verlaufend. hier einen Schnitt hineinsetzen bis dorthin. Und auch hier machen wir Mark sieben. Und hier unten drunter bei den Schuhen haben wir jetzt ja hier unsere offene Sohle noch im hinten dran. Die können wir erstmal über E4 Extrude und dann M Merge at Center hier in der Mitte zumachen. Dass wir einmal den Schuh hier so zu haben. Seht ihr auch nochmal hier unten am Mesh gerade, dass hier dieser Punkt entsteht dafür. Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist eine Lösung, das gerade schnell für euch zu machen für dieses Video. Und dann können wir hier unten den kompletten Schuh einmal drumherum sieben. Deswegen einmal hier ruhig komplett drumherum gehen. Und wenn wir jetzt hier am Ende angekommen sind, U für Mark sieben drücken und die hintere Schuhkante, also diese hier, die jetzt nach oben läuft, hier entlang über U Mark sieben auch schneiden. Jetzt haben wir also unseren kompletten Charakter gesiebt. Er ist retupologized. Und wir haben gerade mal hier, wenn wir jetzt mit Tab in den Object Mode zurück wechseln, 848 Vertices. Wir haben auf den 900 geaimt, die hatten wir auch bekommen gehabt vorhin. Wir sind also deutlich weiter drunter jetzt. Und jetzt gibt es noch eine Sache zu erledigen, nämlich UV Mapping hier oben. Wir müssen erstmal unseren kompletten Charakter, den wir jetzt hier haben, erst einmal mappen. Nur wichtige Info, es kommt jetzt drauf an. Hat euer Charakter im Hi-Refs Modell, zum Beispiel am linken Arm, eine Einkerbung, eine Schramme, einen Kratzer, den ihr am rechten nicht habt, dann müsst ihr zuerst, bevor ihr jetzt irgendwie diesen Charakter UV mappt oder unwrappt allgemein, müsst ihr den Mirror Modifier applaien. Denn, was wir jetzt gerade vorliegen haben, ist, wenn wir A drücken und hier unwrappen, seht ihr, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flächen. Und das sind die 7 Flächen dieses linken Körpers, die jetzt durch den Mirror Modifier auch auf der rechten Seite an den gleichen Stellen vorliegen. Das heißt, verschiedene Details würden auf beiden Seiten des Körpers auftauchen. Umgekehrt aber jetzt, wenn wir sagen, wir applaien zuerst mal hier den Mirror Modifier, das wäre dann im Object Mode hier einmal so, Mirror Modifier applaien, dann Shrinkwrap Modifier applaien. Wir gehen jetzt hin und haben das komplette Mesh und drücken jetzt nochmal U für Unwrap, dann kriegen wir statt 7 Islands insgesamt schon 14 hier raus. Und diesen 14 Islands werden wir auch einen kleinen Margin geben, dass hier diese Details nachher, die gebaked werden, sich nicht ganz so weit überlappen, dass sie in andere Islands hineingehen. Und mit diesen 14 Inseln, die wir jetzt hier haben, können wir tatsächlich das Baking beginnen. Weil jetzt ist nämlich uns gegeben, dass wir auf beiden Seiten verschiedene Details haben können. Wie gesagt, linker Arm, rechter Arm, linkes Auge im Vergleich zum rechten Auge irgendwie größer oder kleiner oder meinetwegen eine andere Form, Mundwinkel, irgendein Tattoo, irgendeine Einkerbung, eine Schramme, einen Kratzer, was auch immer ihr habt, das könnt ihr jetzt hierbei anwenden. Und das müssen wir jetzt einmal hierfür bauen. Das heißt, im Shading-Tab kommt als nächstes Normal Map Baking dran. Und Normal Map Baking haben wir ja schon kennengelernt. Das heißt, wir müssen hier unten nur hingehen. Wir nehmen die Normal Node hier vorne heraus. Das heißt hier Bump Node Bump anfügen, dass wir diese hier bekommen. Und hier vorne dran kommt nochmal an die Normal Node wieder eine Image Texture, auf die wir Baking wollen. Diese Image Texture, die wir jetzt hier haben, werden wir mal direkt in eine Größe machen von 2048 mal 2048. Das Ganze können wir auch unbedingt direkt in Normal Map. Und dann drücken wir hier auch schon OK. Jetzt haben wir eine leere Normal Map hier an der Bump Node, einem Normal Input. Das ist der richtige Ansatz hierfür. Und jetzt heißt es, wir müssen Baking. Wir aktivieren mal unser High-Res Model und wir müssen dort noch das Material austauschen, denn wir wollen das hier weg haben und dort ein neues anlegen. Jetzt mit dem neuen Material hier haben wir zwei verschiedene. Ein High-Res Model und ein Low-Poly Model mit einem individuellen Material. Dann wollen wir hier oben unter die Render Properties gehen und die Render Engine umstehen von Eevee auf Cycles. Und hier natürlich aktivieren wir GPU Compute, damit nämlich die Grafikkarte all diese Daten, die jetzt berechnet werden, für uns berechnet und an die CPU nachher zurückgibt. Neues Thresholds hier oben kann man konfigurieren von der Sample Rate her. Wir bleiben mal bei 1024. Hier unten genauso für den Render auch. Wir gehen runter unter den Reiter Bake hierhin. Und jetzt Bake Type. Dort werden wir auf Normal umstellen. Tangent, Tangent, X, Y, Z bleiben bestehen. Und jetzt müssen wir nach Anklicken des High-Res Models in der Hierarchy mit STRG-Links-Klick unser Low-Poly Modell auswählen. Das ist in dem Fall dieses hier. Und wir wählen den Haken Selected to Active, denn wir wollen die Daten des Selected Objects, also von High-Res, vom Shading her, wollen wir auf unser Low-Poly Modell, also das Active Objects, rüberbelten. Hierzu können wir auch nochmal hingehen und uns gerade veranschaulichen, wie das Ganze aussieht momentan. Ihr seht, wir sind teilweise drüber, teilweise drunter. Und das können wir jetzt in dem Falle korrigieren, indem wir hier unten jetzt erst einmal die Extrusion hochschrauben. Wir können mal hierbei im Layout-Tab nachmessen, wie viel wir drüber stehen. Seitenansicht mit Nummer und Block 3 zum Beispiel. Und wir gucken uns mal einzelne Stellen genauer an. Zum Beispiel weichen wir hier gut ab. Wir nehmen links hier das Measure-Tool und messen mal aus, wie weit es von hier aus da rüber ist. Und wir stellen fest, dass hier diese Differenz 0,23 Meter sind. Das heißt also, es wird sich empfehlen, in jedem Falle das Mesh mit Extrude, um 0,3 mal eben aufzublasen, um diese Lücken, die wir eben hier haben, wegzubekommen. Hier unten drunter haben wir auch nochmal eine Lücke, das ist hier 0,07. Wir haben hier an der Nase noch eine Differenz. Das hier ist 0,18 zum Beispiel. Hier oben können wir nochmal messen. Genauer genommen hier haben wir 0,12. Ihr seht also verschiedene Maßeinheiten hier, wie wir Abstände haben, die wir mit der Extrude-Funktion nachher ausbessern müssen. Wir nehmen natürlich hier von diesen Werten immer den allerhöchsten, in dem Falle 0,23, und versuchen dann mit dem hier zu arbeiten. Also zurück ins Shading. Wir bleiben hierbei. Dann Extrusion wird 0,25 oder 0,3 eben werden. Max Ray Distance können wir auch so lassen. Das ist unser Problem, wir nehmen 0,2 hierfür oder auch 0,3, den gleichen Wert. Und dann geht es schon los. Der Button Bake kann gedrückt werden. Und er beginnt hier unten mit der Circular Dependency, wie immer. Und dann wägt er aber trotzdem unsere Textur hier jetzt in die Normal Map hinein. Und wir können mal hier live gleich sehen, was hier entsteht. Ich mache das Fenster hier für euch ein bisschen größer. Und wir können mal gucken, was hier passiert. 3% es dauert ganz kurz. Und dann haben wir unsere Textur 10, 11, 13. Jetzt rattet er langsam los. Und wie gesagt, die Dauer davon ist abhängig von der Konfiguration des Meshes. Mehr Polygone, mehr Aufwand. Weniger Polygone, weniger Aufwand. Plus eben Extrusion und Max Ray Distance. Und siehe da, da haben wir schon eine Normenmap drin liegen. Das ist nämlich jetzt das Shading, was auf unser Low Poly Mesh gebaked wurde. Und das sieht jetzt nämlich in dem Falle hier so aus. Im Übrigen könnt ihr auch hier hingehen und das mal austauschen und eine zweite Normal Map machen hier. Die wir mal eben Normal Map 2 nennen. Und dann auch wieder so erzeugen. Dann können wir hingehen bei unserem Low Poly Modell. Rechtsklick Shade Smooth machen zuallererst. Und den Vorgang wiederholen. High Res auf Low Poly. Wir baken das Ganze nochmal. Und wir wechseln mal hier oben von Normal Map 1 in die Normal Map 2 hinein. Denn der Vergleich zwischen einem Spaking hierbei mit dem Shade Smooth und dem Shade Flat ist schon ein gewaltiger. Macht auch viel aus. Und ihr werdet auch gleich feststellen, welchen Unterschied das Ganze machen kann. Wenn das Spaking eben fertig ist, dann haben wir auch schon unsere Folge completed nämlich hier. Dann habt ihr nämlich schon jetzt gesehen, wie wir dieses Retopology für einen Charakter machen können. Und wie gesagt, wir sind unter 40 Minuten, was eigentlich eine ziemlich gute Zeit dafür ist. Entsprechend ist jetzt hier die Map auch ein bisschen flacher geworden durch das normale Shading eben von Shade Smooth. Hier haben wir wirklich die ganzen genauen Stärken. Überlegt, welche von beiden ihr nutzen wollt. Und dann tauscht die hier unten in der Node aus. Und wir blenden unser High Res Modell einfach aus. Denn jetzt haben wir das Shading hier möglich gemacht eben von dem, wie es gebaut wurde in High Res auf unser Low Poly Modell übertragen. Und hier sind wir jetzt fertig. Das war die Folge über Retopology und nochmal mehr Baking anhand eines 3D Characters. Hat es euch gefallen? Lasst gerne einen Daumen nach oben da und zusätzlich auch ganz gerne ein Abo für diesen Kanal hier. Würde mich freuen, wenn ihr uns supportet, auch bei weiteren Videos dieser Serie oder anderen, die kommen werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Lars und klickt doch bitte ganz kurz hier auf die beiden Videos auf der rechten Seite und schreibt uns auch gerne Feedback in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ciao, ciao.